Auf einem Schiff gibt es sehr viel zu erleben. Bei allem Spaß dürfen wir aber nie die Sicherheit außer Acht lassen. Rutscht oder stellt euch nie auf Geländer und Absperrungen. Auf die wenigen der Außendecks oder auf die wenigen der Kabinenbalkone. Ihr könntet herunterstürzen oder sogar über Bord fallen. Um Missgeschicke oder Unfälle zu vermeiden, sollte wir an Bord generell nicht rennen. So sieht die Rutschrift aus anderen Räumen und Kronen wieder. Und die Räume noch nicht nur von einer Briefer. Und die Räume mit der Drohette aus dem Reise im Hintergrund auf jeden Fall zu schauen. Und dann wird das Kronen im Hintergrund am besten der Räume.